So ein schönes Lied, Frau. Schau mal, Andreas, ich hab was viel Besseres dabei. Also, das Lied kommt überhaupt gar nicht in Frage. Aber selbstverständlich. Selbstverständlich kommt es in Frage. Ich finde, es wird erst mal abstimmen. Es wird erst mal abstimmen. Ja, ich stehe dafür, dass wir jetzt abstimmen. Okay, leider bin ich. Und wer ist dafür, dass wir jetzt nicht sehen, was wir hier vorstehen hat? So ein Schmarrn, Demokratie, so ein Schmarrn, das ist jetzt sowieso abhängen. Also, das zeige ich jetzt, jetzt streikt der Chef. Das wird jetzt sehen, jetzt mal den Entschließung, ne, streikt der Chef. Also, wenn der Chef streikt, dann muss ich euch erst mal die wahre Geschichte erzählen. Die erste Staubwolke, Moses mit den Israeliten. Die zweite Staubwolke, die Ägypter, die sie verfolgen. Die Israeliten erreichen das Meer. Moses ruft laut, Joshua, Joshua. Joshua, der PR-Experte von Moses, kämpft sich durch die Reihen und steht schließlich vor Moses. Wo sind die Boote, die du bestellen solltest? Joshua fällt verzweifelt auf die Knie. Um Gottes Willen, das habe ich komplett vergessen. Moses ist sehr erregt und sagt, und was soll ich jetzt tun? Was denkst du, was wir tun sollen? Soll ich auf die Knie fallen und Gott bitten, dass er das Meer teilt, wir trockenen Fußes in die Däumen übergehen können? Und wenn dann die Feinde kommen, schlägt das Meer über ihn zusammen und er drängt sie? Oder was denkst du, soll ich sonst tun? Joshuas Augen beginnen zu leuchten. Wenn du das schaffst, dann garantiere ich dir zwei ganze Seiten im alten Testament. Also, wenn du das jetzt kriegst, dann kriegst du nachher auch ein Schenkel. Ein Schenkel? Ja, um auch ein Durst. Ja, dann kriegst du schon da einen 50 Euro-Tief. Ein Neu-Tief, das ist ein Euro-Tief. Ja, super, das mache ich. Dann kann ich das Leben in vollem Zügel. Da mache ich jetzt auf jeden Fall. Was hast du gesagt? Ein schönes Lied, ist das, was du gesagt hast? Ja, bestimmt, ganz sicher. Also, das machen wir jetzt. Red in the water. Also, das ist das Schöne. Aha. Spontan sagen wir noch die Pro. Red in the water. Ja, das ist das Schöne. Ja, wie viel mehr geht. Ja, das ist das Schöne. Vielen Dank.